Championship 2022 hier in Vechta. Im ersten Lauf erwarten wir mit der blauen Helmfarbe, also zweiter von innen, Dave Meierling, mit der roten Helmfarbe ganz innen, Jake Milford, in weiß, Lukas Wienhage, in gelb, Julian Cahill aus Frankreich, in Grinsach, White Neck, on a red line, Jake Milford, in blue, Dave Meierling, Netherlands, in white, Lukas Wienhage, Germany, in yellow, Julian Cahill, Frost, in Grinsach, White Neck, Great Britain, beat number one. Lauf nur, es ist geschehen, mit Schaffung, Zack, White Neck, er ist auf und da vorne, Zack, White Neck, tut er, jetzt geht er, Gott denkt, Meierling, kommt da weiter raus, mit der weißen Helmfarbe, es ist ein Laufrei, aber vorne ist es. Und jetzt haben wir Lukas Wienhage, mit einem jüngeren Helmfarbe, der Jürgen Cahill und mit der roten Helmfarbe, Jake Milford, los, bitte dann, genau, vorne ist es, war, Zack, White Neck, was ein Start. Jetzt auf der Position, Lukas Wienhage, und auch Jürgen Cahill, zieht er fast mit, muss noch mal zurückstecken, bleibt auf vier, ganz von außen, helft man jeweils da durch, der Bratose durch den Weg, auch mal kurz nach. Und jetzt ist es, der BR-Fahrs-Kurig-Aufgang bei Jürgen Cahillen. Mit der Dornhütte, Schabe des Models, auch viel zurückgefallen, und Jake Milford auf Position 5. Und jetzt ist es, der BR-Fahrs-Kurig-Aufgang bei Jürgen Cahillen. Mit der Dornhütte ist mein Weg, auch viel zurückgefallen, und Jake Milford auf Position 5. Vielen Dank.